Hallo und herzlich willkommen zu Farmtogether, offiziell von Steam noch als Early Exist geführt. Ich weiß nicht, ob das noch stimmt, weil da war irgendwas von 23. Februar drin, aber wir starten jetzt mit Farmtogether. Und schau, dass wir spielen mal gemeinsam. Also ich muss hier noch kurz etwas leiser drehen. Ist das nämlich auf die Kopfhörige etwas zu laut, aber dann geht's schon wieder los. Und somit willkommen bei Farmtogether. Wir haben uns viel Müll gegeben, um Entspannung und Spaß zu kombinieren und um eine tolle Farmatmosphäre zu schaffen. Wir hoffen, dass du viel Spaß beim Spielen hast. Da dieses Spiel eine Early Access Version ist, könnte es sein, dass du Fehler entdeckst. Bitte lass uns wissen, wenn dies geschieht. Denke daran, Steamforums oder Subreddit zu besuchen, um uns Feedback und Vorschläge zu übermitteln. Werden wir machen. Und soweit sein sollte. Oh. Somit einmal zu den Einstellungen. Spiel. Deutsch Tutorial Anzeigen. Sackle bestätigen. Ja. Feldsymbol Anzeigen. Ja. Expertenmodus. Nein. Gut, lassen wir mal so. Die Grafik ist sehr hoch. Gibt es noch höher? Hoch. Mittel. Niedrig. So niedrig. Sehr hoch. Vollbild. Vision. Ja, das passt alles. Zurück. Ja, Entschuldigung. Die Steuerung. Ungekritik. Nein, nein. Ja, sieh, 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 sieh. Nein, nein. Audio ist eigentlich so angenehm jetzt. Und damit erstellen wir unsere erste Farm. Das ist die Farm der Nachtschwärmer. Der Nacktschwärmer. Farm der Übermütigen. So, die Farm der Übermütigen. Und somit erstellen wir unser Spiel. Oben rechts ein Bildschirm wird das Geld. Oh. Angezeigt so. Willkommen zum Farm-Together-Tutorial. Du kannst dich mit WSAD bewegen. Lauf herum und erkundet deine Farm ein bisschen. Ah, cool. Äh, äh, die Maus. Okay, so. Ah, ist ja cool. Du kannst schnell laufen, wenn du die rechte Mauskette drückt hältst. Nun renn ein bisschen. Ja, laufen. Super. Als nächstes verändern wir deine Sichtwinkel. Du kannst den Zoom mit C verändern. C. Ah, so ist es praktisch, oder? Ja, das sieht man viel. Alter, ist das riesig. Jetzt bauen wir etwas Salada. Als erstes brauchen wir gepflügte Felder. Gehe zu einem leeren Feld und drücke die linke Maustaste. Also hier. Mh, Salad. Ja. So, Hammer. Also, ich will jetzt erst pflügen, ganz kurz. Ähm. Stopp. Ich pflanze das schon so. Na dann. 1, 2, 3, 4, 5 haben wir. Großartig. Nun. 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 Nun müssen wir herauswählen, was wir anpflanzen wollen. Wir öffnen den Shop mit Kuh und wählen Salad aus. Kuh. Salad. Pflanzen Salad auf den gepflügten Feldern, indem du über diese läufst und mit regelrechtlichem Wasser drückst. 1, 2, 3, 4, 5. Hammer. Perfekt. Du kannst mit den Pflanzen aufhören, indem du rechts drückst. Feldfrüchte brauchen einige Zeit, um zu wachsen. Du kannst den Prozess beschleunigen, indem du sie gießt. Pflanzen gießen. Ah. Hoppala. Doppelt gegessen. Macht nichts. Das ist ja cool. Das Spiel gefällt mir. Notiz. Ich gieße mal weiter vor, ohne die Notiz lesen. Da gibt es ja ganz schön viel zu gießen, tatsächlich. Aber Karotten. Karotten. Das ist das falsche Feld. Karotten. 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 Was soll denn die Notizen verschwinden? Das was? Gießen. So. Du kannst die meisten Gegenstände bewegen, um Platz zu schieben. Ich gehe zum Brunnen und drücke Z, dann wähle ich einen neuen Platz aus und drücke. Richtig aus, also ist der Brunnen da. Z muss man drücken, um Brunnen. Und es geht so nach Brunnen. Z. Also, das kann ich hier nach drehen, so Z. Und bewegen, gehen wir mit Serien woanders. Wo hält man denn gern den Brunnen? Wo kann man denn den Brunnen gut brauchen? Theoretisch haben wir da oben am Ralfeld auch einen Brunnen hierhin. Tada! Sehr gut. Die Feldfrüchte sollten bald zu ernten bereit sein. Ernte sie, wenn sie fertig sind. Ja, da sind schon viele fertig. Da ernten. Ja, das macht sie gut. Das macht sie echt gut. Kleine Lady hier. Die Jahreszeiten erinnern sich alle 17 Minuten. Sie bestimmen, welche Feldfrüchte angebaut werden können und auf Bäumen wachsen eventuell Früchte, wenn eine bestimmte, hoppala, bestimmte Jahreszeit startet. Abgeerntete Bäume der nächsten, in der nächsten Jahreszeit drei. Toll. Die müssen wir nochmal gießen. Natürlich, wir haben aber ganz schön oft gießen müssen, so wie es aussieht. Naja, macht ja nix. Herr Karten, ja! Sie kann das eigentlich recht gut, die Dame. Die kleine Lady, das heißt das ernten, nicht gießen. Wir können hier gießen, gießen, parampampampampampam. Und ich meine, ernten, ernten, parampampampampampam. Okay, kann ich finde ich Kohle dafür, wenn ich es so sagen darf, so. Irgendwas mit Bäumen, sagen wir mal, hier. Und dann nichts zu ernten. So, oder nichts zu ernten? Die schaut doch so aus, man kennt nur die Ernten. Und dann nichts zu ernten. Momentan nichts, Momentan nichts, okay. Okay, wieso haben wir nichts zu ernten, hey, das nervt etwas. Können wir mal laufen, oder hinten Bäume. Schnell, lauf! Da war noch einer. Nichts zu ernten. Ob wir die Bäume der nächsten Jahreszeit, um von drei. Super. Ich komme ja gar nicht zum Ernten. Nein! Nein! So mache ich sowas. Du meinst kein Bestraft, ich weiß sehr, aber... Ach Gott! Da ist in drei Minuten fertig, da hat man gewonnen. Man sieht eh, wenn man genau schaut, links unten. Ich bin. Da, drei Minuten. Drei Minuten, dann ist es fertig, da ist der Baum. Ich bin auch fertig, weil irgendwie giesse ich alles und nix. Also... Aber die Glühwimmchen sind nett. Sieht voll cool aus. Die kleinen Glühwimmchen. Cool. Was haben wir denn jetzt alles? Karotten und Salat. Da haben wir Bräule, Apfel, keine Tiere, keine Fische, keine Blumen, kein Haus, Harz und Klo, Zorn und Schwiege und Storzen. Wow! So! Mit Z bewegen, mit X kann man noch recyceln. X, möchtest du sicher, dass du das für das gleiche ist? Nein! So, da drüben ist unser Nachbar, oder wie? Was ist denn das? Wer tickt ein höheres XP-Level? Ah, da darf ich da eventuell rüber, das ist nett. So, das sind nach zwei Minuten hier. Oh, Geld, hier gibt's Geld. Was ist das hier? Ah, der Bus. Oh, der muss nicht wegfahren. Er bleibt noch hier. War doch zu schön, wenn wir einfach wegfahren. Einfach 150. Was ist denn das? Ich glaube, das wird nix mehr, meine Freundin. Aber wir können uns mal versuchen. Oder Pflanzen muss nicht sein. So, ja, jetzt. Das ist noch was einpflanzen, Alter. Aber kann schon vergießen. Das hat auch ganz schön viel Wasser. Wollte ich noch sagen. Aber ja, ja, es ist, es ist zum Meusemelken. Es ist zum Meusemelken. Also, dass ich hier immer daneben klicke. Und, ah, 9 von 30 Salat, 0 von, ah, ah, so müssen wir noch Salate anbauen, weil wir haben, wir müssen 30 mal Salat machen. Aber wir haben bis jetzt, wir müssen jetzt schauen, wie viel wir dann haben. Nicht, dass ich da was falsch sage, 11 von 30, 12 und 13, 14 und 15. Das heißt, wir brauchen noch mal 15 Salatchen. So, das sollte für uns eigentlich kein Problem mehr sein. Nein, das wollte ich jetzt nicht. Wer willst du jetzt? Hast du denn gesehen? Oh, das ist ja süß. So, bereiten wir mal das Feld hier vor. Nein, das wollen wir noch nicht. Es ist echt aufpassen, wann ich drücke. Ich bin öfter, ich bin öfter zu schnell. So, das kostet ein bisschen Kohle, aber es macht nichts. Machen wir das auch gleich. Oh, oder fliegen irgendwelche. Ja, Bäume sind fertig, aber jetzt vorher noch Salat. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sechs. Sieben, acht, neun, zehn, elf, zwölf, dreizehn, vierzehn, fünfzehn. So, jetzt wollen wir schnell die Bäume ändern, wir haben das Prinzip gewissen, dass wir da. So, jetzt müssen wir einmal Äpfelchen. Zeit, das mal Äpfelchen. Wir müssen 20 Apfelbäume. Nein! 20 Apfelbäume. Ich habe aufgestiegen, Apfelbäume. X, das recyceln wir jetzt, ja. Tschüss. Oh, da kriegt man Geld dafür. Ist ja geil. 20 Apfelbäume. So viel habe ich gar nicht. So, Nummer fünf, wenn es mir interessiert. Ah, aber wir werden das noch, wir werden das, wir werden das ja noch ausfinden. Da hinten ist noch ein Sprinter. Steht da unten jetzt gerade, Quests sind bestimmte Aufgaben und der Textil ist schon wieder weg. Okay, sehr, man kann Quests machen, das habe ich jetzt auch schon verstanden. Irgendwie gibt es hier Quests, die man abschließen kann. Und dann ist man der König hier am Bahnhof. Da schon her, verdrückt. X, ja. Weg damit. Bringt fünf Gold. X, weg damit. Bringt fünf Gold. Zack. Ist auch erledigt. Da haben wir jetzt ein 9 von 20. Das ist doch eigentlich ein recht guter Schnitt, würde ich mal behaupten. Diese Pflanzen, also nicht was mit denen ist, aber jetzt werden wir hier mal. Ach, gut, verdrückt. Wir werden mal gießen, dass unsere Pflänzchen ein hübsches Zuhause haben. Denn sie wollen es doch schön und gut bei uns haben. Ach, nö. Denn irgendwie gehören sie doch alle zur Familie, unsere kleinen Racker. Ja, dann komm, bin ich am, komm, bin ich da für ADK, kann ich schon wieder vorne erfreuen. Ich hoffe, es gibt irgendwann hier eine Bewässerung, dass ich das nenne, dass ich das bei jedem Feld machen muss. So wie hier, wenn ich alt bin, bin ich mit meinem weißen Haar, also ich nicht hoffe, aber ja, falsches Feld. Der Vorteil ist, wir müssen nicht immer noch das Wasser holen. Sie hat ein schönes Wasser mit, bis die schwarze Kracht. So, wir kommen sie immer fertig, fangen wir davon vorne an, das ist nett. So, wir gießen doch eh gerne. Wir sind doch Hobbygießer. Wenn wir nicht gießen können, sind wir doch nicht glücklich. Was wäre das Leben ohne ein nettes Gießerlebnis? Sie wollen alle gegossen werden. Alle, lieben Sie, das Gießen. Das ist jetzt gerade Müssen. Ich weiß ja nicht, ob das das was bringt, dass man das, dass das dann schneller fertig ist oder nicht. In 5 Minuten ist es fertig. Wenn ich es gieße, ist es dann schneller fertig. So, das sind jetzt 4,40. Ja, dann spare ich mal eine Minute, wenn ich es gieße. Okay. Das heißt, wir machen das jetzt genau einmal so. Dann überlegen wir uns, ob wir weiter so gießen oder ob wir anders gießen. Ja, das ist eine gute Idee. Das finde ich. Sollten wir uns das echt gut überlegen. So, fertig. Na ja, wir gießen ja noch weiter, haben wir gesagt. Dieses eine Mal gießen wir ja durch, dass das Ganze schneller wird. Das ist jetzt nach 3 Minuten offen. Es pfeift langsam. Es pfeift dahin, auch wenn es mühsam ist. Wir ziehen es durch. Wir gießen unseren Garten bis zum Umfallen. So, jetzt lassen wir das Ganze noch lange genug gegossen. Wir holen uns wieder Geld. Auf unseren Bäumchen hier gibt es jetzt hätte ich nichts zu haben. Wie schaut es mit den vier und eigentlich alles aus? Siehst du es? So, man darf jetzt Zeit drauf. 52 Minuten. 42, 29. 33 und 31. Sehr gut. Das gefällt mir. So, wir gehen nochmal zurück. Recycling. Aber man kann auch mit den Pfeiltasten spielen im Notfall. Sollte es jemanden interessieren, es würden auch die Pfeiltasten funktionieren. Nur zu Hilfe. Aber natürlich, WeA ist die bevorzugte Variante, würde ich mal behaupten. Aber auch Pfeiltasten sind erlaubt. So. Sieht aus im Salat. Da ist er. Eine Minute 50. Ich jetzt noch einmal gieße. So, bei 50 Sekunden. Und dann werden wir schneller fertig. Nicht so schnell gieße. Nein, falsch. Ich habe gesagt, du hast einmal gießen, das ist dann gleich fertig. Nein, das geht wieder nicht. Schade, oder? Nein, das geht nicht. Sehr zu schön gewesen, wenn man einfach gesagt hat, so, ich gieße schon, dass es fertig ist. Naja, man kann dann alles abgeben. So, es geht alles fertig, so. 55, 45. Naja, das dauert noch kurz. Schauen wir uns unsere Farbe an. Ah, hier. 25 Auberginen, 9 Äpfel. Und sonst eigentlich nichts. Toll. Sie ist ja nicht auf 1 drückt. Da platiert sie. Auf 2 winkt sie. Auf 3 lacht sie. Auf 4. Ist sehr angefressen. Gut. Frau. Na, war ein Spaß. Ist doch meine Frau, oder wie? Ne, so gemein sind wir nicht. So gemein sind wir nicht. Salat ist fertig. Der Salat ist fertig. Na, dann raus damit. Dann haben wir das nämlich erledigt. Den Salat mit 30. Ist nicht anstrengend, die Werte da. Aber das, ich hoffe, ich glaube, ich muss bald das Club haben. Das ist so. Das geht nicht anders. Ja, falscher Knopf. Falsches Feld, sagen wir so. Nicht falscher Knopf. Level aufgestiegen. Level aufgestiegen. Salat. Level 3. Ja, man levelt also auch die einzelnen Sachen. Ah, sie denzenen. Okay. Machen wir schnell die Felder wieder. Hübsch. Dass das was wird. Also die Apfelpäume, die sind jetzt natürlich etwas, ja, wenig. Hat man noch einen von 20. Das heißt, aber ich habe im nächsten Mal noch nicht so viele, dass wir sie fertig machen können. Wenn es mich interessiert, da gibt es doch nichts zu ernten. Toll. Es gibt 25 Minuten. Sehr gut. Sehr, 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 sehr gut, ja. Es gibt nichts zu ernten hier. Was machen wir jetzt? Ich kann immer die Quest anschauen. Esk. Apfelbaum. Belohnung ist das. Am Anfang. Nein, mal Apfelbaum. Das braucht 20. Cool. Apfelbaum kostet 100. Aber hier noch einen Apfelbaum. Hier darf ich nicht. Hier noch einen. Und hier noch einen. 2, 2, 3, 4. 4. Statt. 2, gefallen. Und hier. All das wird es falsch. Passt. Das war das nicht. Es gibt es. Hier gibt es nichts zu ernten. Es hat 6 Minuten. Ah. Es gibt es noch zu ihm. Pflanzen. Sie sind das. Erdnüsse. Wir können mal eine Reihe. Erdnüsse machen. So. Einfach nur, wenn wir es können. So. Da haben wir das 1, 2 und 3 Minuten. gut ich gehe mal um einen Sekunden gespielt hat wenn man es gar nicht glaubt ich mache mich wir gehen auf Gras wenn ich mich interessiert habe wenn wir uns ein Haus und unsere Farben oder Kuh Haus was ist das? im Gemüsestand mal verkaufen verkauf jeder eine Minute Ertraglager ja das stellen wir uns hin das machen wir was müssen wir denn über die Straße machen oder nicht? sonst hat der Verkauf nicht keinen Sinn Z so hier macht Verkaufsinn und also Richtung Ostostach und jetzt haben wir hier da 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 das geht es kommen eventuell auch mal Leute zu uns Zitronenbom sind noch nicht reif aber die Äpfel da wachsen schon Äpfel hier ganz kleine laute Äpfelchen ist ja geil sehr geil haha das pfeift da hin dann geben wir wieder eine Minute ein bisschen was da ist unsere Busstation kann man hinfahren nirgends vielleicht noch nichts frei ist auf der Karte hier aber ich guck dass es den Bus gibt das ist das ist echt genial so das gießen wir hier noch mal schnell zack zack so das hätten wir so das wird auf die Bäume wir warten derzeit nur auf die Bäume so eins zwei drei vier dann würde ich schon sagen das war die erste Folge von wie erstes Spiel ich habe es nicht mehr FAM FAM die übermütigen ich sage danke fürs zuschauen wir sehen uns zum nächsten Mal wieder wenn es heißt wir spielen FAM die übermütigen ist